Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us. So, also, wir sind hier jetzt mit, ähm, wie hieß sie nochmal? Ellie, glaube ich. Wir müssen auf sie aufpassen. Oder so ähnlich. Oh, ich hab Schüsse gehört, aber... Was war los? Die Fireflies. Das wird uns auch passieren, wenn wir auf der Straße bleiben. Du bist der Boss. Ich folge dir nur. Wir haben Firefly-Anhänger. Gucken wir uns den doch mal an. Diesen Anhänger, der von Mitgliedern der Firefly-Miliz getragen wird. Umdrehen. Okay. Wir schauen mal noch kurz, ob es hier noch irgendwas hat, was sie ja gebrauchen könnten. Wir könnten zum Beispiel mit dem Fahrrad hier im Kreis fahren. Wie geht's denn hier lang? Ach, ja, ist ja logisch. Da sind die Fireflies. Da sind wir nämlich mal an, dass die das sind. Achtung! Die Unterstützung gesuchter Krimineller wird mit dem Tode bestraft. Bringen Sie sich nicht in Gefahr. Zeigen Sie verdächtige Aktivitäten sofort an. Das finde ich sowieso witzig. Wieso ist hier dieses kleine Scheißhäuschen mit so einer Türplakate versehen? Das macht gar keinen Sinn für mich. Oder das da. Achtung! Die Unterstützung gesuchter Krimineller wird mit dem Tode bestraft. Bringen Sie sich nicht in Gefahr. Zeigen Sie, wenn Sie nicht in Gefahr haben. Hier runter. Warum juckt ihr jetzt die Nase so? Was so? Ja, typisch. Willst du hier was aufnehmen und dann juckt ihr die Nase einfach. Los, mach ihn. Ja, doch. Die Unterstützung gesuchter Krimineller wird mit dem Tode bestraft. Bringen Sie sich nicht in Gefahr. Zeigen Sie verdächtige Aktivitäten zu Hause. Ja, was ich sagen wollte. Man sagt ja, wenn dir die Nase juckt, denkt jemand an dich. In diesem Sinne, wer auch immer du bist, hör auf damit. Es ist in der Herbst. Achtung! Die Unterstützung gesuchter Krimineller wird mit dem Tode bestraft. Bringen Sie sich nicht in Gefahr. Zeigen Sie, wenn ich die Aktivitäten zu Hause auf nach Hause. Wo gehen wir hin? Da hoch. Da kommen wir zum Nordtunnel. Wie sollen wir da hochkommen? Hab nur kurz Geduld. Wahrscheinlich mit einer Leiter, die irgendwo oder so. Ja, typed vonaram. Was ist denn? Na, Ellie, kommst du hoch? Ja, die kann das. Der Tunnel schmuggelt ihr Sachen durch? Ja. Auch Illegales? Manchmal. Auch schon mal ein Krieg geschmuggelt? Nein, bisher nicht. Was läuft eigentlich mit dir und Marlene? Ich weiß nicht. Sie ist eine Freundin, schätze ich. Eine Freundin, ne? Du bist also befreundet mit der Anführerin der Fireflies? Wie alt bist du, zwölf? Sie kannte meine Mutter. Und sie kümmert sich um mich. Und ich bin 14. Auch wenn das absolut nicht wichtig ist. Wo sind deine Eltern? Wer hat überhaupt noch Eltern? Sie sind tot. Schon sehr lange. Und anstatt zur Schule zu gehen, haust du lieber ab und gehst zu den Fireflies. War es so? Hey, ich darf dir nicht sagen, warum du mich schmuggelst, wenn du darauf hinaus willst. Weißt du, was toll an meinem Job ist? Ich muss gar nichts wissen. Um ehrlich zu sein, interessiert's mich einen Scheiß, was du vorhast. Na toll. Gut. Dann ist ja alles geklärt. So, mal schauen. Hier ist es. Was soll das denn werden? Zeit totschlagen. Oh. Und was soll ich jetzt machen? Ich bin sicher, dir fällt irgendwas ein. Okay. Deine Uhr ist kaputt. Hat die Uhr ein oder was? Nee. Du redest, wenn du schläfst. Ich hasse Albträume. Ja, ich auch. Weißt du, so nah war ich noch nie dran. An der Grenze. Und wie dunkel es ist. Draußen kann's nicht schlimmer sein. Oder? Was zum Teufel wollen die Fireflies von dir? Hey. Hat etwas gedauert. Überall verdammte Soldaten. Wie geht's Marleen? Sie schafft es. Ich hab die Ware gesehen. Es ist viel. Wollen wir? Ja. Dann los. Und dann los. Findest du es nicht komisch, dass sie uns die Arbeit überlassen? Marleen wollte es selbst machen. Wir waren nicht erste Wahl. Ist sicher nicht mal die zweite. Sie hat viele Leute verloren. Da blieb ihr nichts übrig. Ja, hoffentlich lebt noch einer, der uns bezahlt. Da wird schon jemand sein. Na los. Dann hopp, auf in die gute Stube. Wer macht jetzt den Tunnel zu? Ähm, ach so. Wer wartet am Treffpunkt? Sie meint, sie meint, dass wir ein Fireflies, die auseinander noch schreit sind. Das Mädchen muss wichtig sein. Was ist mit dir? Ist dein Vater ein hohes Tier oder so? Sowas in der Art. Wie lange dauert das alles noch? Wenn alles läuft wie geplant, liefern wir dich in ein paar Stunden ab. Alli, wenn wir hier raus sind, musst du uns folgen und dicht bei uns bleiben. Ja, sicher. Patrouillen-Karte, eine Karte mit den Patrouillen-Routen außerhalb der Zone. Okay. West Patrol, Southwest Patrol, safe now. Hostal Camp. Infizierte. Okay. Die ist vielleicht einmal noch nützlich. Sieh oben nach, ob die Luft rein ist. Wartet mal, da vorne ist eine Patrouille. Okay. Wir können, kommt hoch. Komm, Kleine. Sei vorsichtig. Unser Regen ist nicht gut für uns. Ach, du Scheiße. Ich bin tatsächlich draußen. Ja, das bist du. Okay, dann müssen wir jetzt hoch. Hier geht's lang. Jetzt bloß keine Dummreißung. Los. Umdrehen, auf die Knie. Du scannst sie, ich melde. Okay. Die Hände auf den Kopf. Hier ist Jamirois, auf Sektor 12. Erbitte Abholung von drei Flüchtigen. Verstanden. Sieh es doch mal so, dass ihr könnt ihr sich richtig lieben. Na, stell. Das ist genug von diesem Scheiß. Wie lange dauert's? Ein paar Minuten. Oh, Scheiße. Ich dachte, wir würden sie irgendwie aufhalten. Oh, Scheiße. Hier. Oh mein Gott. Positiv. Hat Marlin uns verarscht? Warum schmuggeln wir ein infiziertes Mädchen? Ich bin nicht infiziert. Nein. Und das hier lügt. Ich kann's erklären. Dann erklär's lieber schnell. Seht mal her. Egal, wie es passiert ist. Es ist drei Wochen alt. Nein, man verwandelt sich in zwei Tagen. Hör auf, uns anzulügen. Es ist drei Wochen her. Ich schwör's. Was hätte sie denn davon? Ich glaub es nicht. Scheiße. Meine Tess. Lauf. Lauf. Los. Los, komm. Scheiße. Meine Tess ist in der Sonne. Je nach. Schnell. Okay, Ellie. Auf mein Signal laufen. Signal. Laufen. Lau. lauf Wir müssen noch mal laufen. Bereit? Ja. Ja. Verdammt. Überall. Verdammt. Da. Verdammt. Da. Ich seh sie. Ich seh sie. Sie müssen durchgekommen sein. Bleib zurück. Sind Sie wirklich hier leitet gekommen? Das ist unser Auftrag, also weiter zu suchen. Ab unten bleiben, sonst sehen sie dich. Na los, kleine. Bleib bei Julen. Hmm. Hmm. Oh. 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 Hast du irgendwas? Oh, sorry. Davon? So weit, so gut. Okay. Mist! Okay. So. Teuer gleich! In Kleberkante! Moment! Mist! Runter! Los, los! Scheiß drauf! Die Klicker erwischen sie! Okay. Hier können wir durch. Wim wascheln duken, das ist ganz wichtig bei dieses Hauptspielen. Komm, komm, Ellie! Hier wird's. Mist, noch eine Patrouille. Los, geht in Deckung. Komm schon, Joel. Ich komme, ich komme, ich komme. Es sind so viele hier draußen. Wie sollen die da so weit kommen? Sie sehen uns noch nicht. Gehen wir außen rum. Wie sieht's aus? Zu viele, Tess. Oh, Mann. Okay. Was war denn das? Mist. Fällig nicht zufällig durch, oder? Hier durch. Na los. Wir sollten zumindest nicht hier warten. Bleib unten. Bleib still. Das war verdammt knapp, Tess. Ich hoffe, du bist es wert, Kleine. Tess, hast du eine Ahnung, wo lang? Wurde so anders. Ich nehme dann einfach mal an, wie es sollten wir... Warte mal. Mal sehen, wo es hinführt. Ja, sieht gut aus. Bleib hier. Wenigstens regnet es hier nicht. Ja, das ist definitiv ein Vorteil. Oh, man kommt den Schein weg. Hier müssten wir durchpassen. Äh, wo? Ah, hier. Mist, Mist. Noch mehr Soldaten. Das Ziel läuft noch frei heraus. Verfolgung abrissen und sexuelles Gericht erstatten. Ich glaube, sie sehen uns nicht. Verstanden. Zu den Portschäuden. Bleib im Dunkeln. Okay. Okay. Ist es sicher? Nein. Sie sind noch da. Wir verschnaufen jetzt ganz kurz. Sieh nach, ob hier irgendwas brauchbares ist. Na klar, Boss. Sie sind schon dabei. So. Okay. Dann wollen wir mal. Tess, hier lang durch das Rohr. Ich glaube, wir kommen hier durch. Bleib dicht dran, Ellie. Okay. Oh, warte, warte. Los. Samen, sie rufen uns zurück. Zurück zum Wald. Ihr habt's gehört. Aufladen. Los geht's. Na los. Weiter. Okay, sie sind weg. Was war der Plan? Angenommen, wir bringen dich zu den Fireflies. Was dann? Marleen, sie... Sie sagte, sie... hätten dort eine Quarantänezone. Mit Ärzten, die immer noch ein Heimmittel suchen. Ja, kommt uns bekannt vor, ha, Tess? Und das... Das, was mit mir passiert ist, der Schlüssel zu einem Impfstoff ist. Oh, Himmel. Das hat sie gesagt. Oh, bestimmt hat sie das. Hey, verdammt, Mann! Ich wollte das hier nicht. Ich auch nicht. Tess, was zur Hölle machen wir hier? Es ist, wenn's stimmt. Ich glaub's an... Was dann, Joel? Wir haben es so weit geschafft. Bringen wir's zu Ende. Muss ich dich dran erinnern, was da draußen ist? Ach, kommt schon, Joel. Hier lange. Wenn wir durchs Zentrum gehen, sind wir bei Sonnenaufgang beim Rathaus. Hoffentlich. Cool. 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 Meine Güte, so sehen die Häuser also von Nahem aus. Sie sind so groß. Was ist hier passiert? Die Bereiche um die Quarantäne-Zone wurden heftig bombardiert. Man wollte so viele Infizierte wie möglich tüten. Das ist gut klar. Das ist gut. Das ist gut.